Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Teleskoper DSOPT ICS Neptune Spiegelteleskop. Die revolutionäre kabellose Handmikroskopkamera 4Fly GT600 bietet volle Flexibilität in der Aufnahme von Bildern und Videos mit hoher Präzision. Kompakt und einfach zu bedienen, bietet das GT600 eine Vergrößerung von 15x bis 235x optisch bei stoffenlosen handischer Einstellung, beziehungsweise mittels gelieferter Software erreicht man einen bis zu 700-fachen Digital-Sum. Bei den eigenen Wireless-Empfänger werden die Aufzeichnungen bewegter Bilder und Standbilder sofort auf einen Computer oder Laptop übertragen, wo sie auch bequem betrachtet, beschriftet und abgespeichert werden können. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen.